so 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 moin willkommen zurück zu avatar ja im letzten video haben wir aufgehört jetzt kommt der verborgene clan ja am 25 september zuletzt gespielt ja jetzt haben wir schon den ersten oktober 20 vor 10 uhr abends also 21 uhr 40 ja schon ein bisschen her jetzt muss jetzt kommt ja ich hoffe tonmäßig und alles andere passt so einigermaßen das wäre dann edel und der 8 skill punkte ich habe mich auch schlau geguckt was missionen betrifft da es ist nicht mehr viel also ich brauche nur noch neun missionen und dann bin ich durch mit der hauptquest klar kann man dennoch die ganzen nebenmissionen machen klar gar keine frage aber ich möchte ja für euch die hauptmissionen durchspielen hauptrangig nebenmissionen ja wenn mir dann über den weg läuft oder war keine ahnung da wird dann mal eben schnell einige macht und fertig aber ich versuche jetzt denn so die nebenmissionen abzuknuspern und ja dass ihr da bescheid wisst so wir haben es mal wieder ziemlich dunkel das ist hervorragend wunderbar ich habe hier kein turbo was hier los ja ich muss fernseher mal lauter machen machen so wir haben eine werkbank hervorragend herstellen die wegs herstellen Regarding Haben wir hier mal an der ballen bei mir was geht Handeln was heißt denn hier meine waren Oh, Alter. Sturmfall. Schwerer Bogen. Was willst du dafür haben, Meister? Nicht genug RDA-Dienstpläne. Wie willst du denn... Kurzbogen. 126. Okay. Oh, der wäre jetzt edel, ne? Alter. Ich habe nur eins. Wie viele willst du denn haben, ey? Nicht genug Erde. Jetzt will er natürlich was haben. Jetzt will er ordentlich was schlauchen, Alter. Oh, fünf Teile brauche ich. Ja, er hat nur eins. Herzlichen Glückwunsch. 153 Schaden. Alter. Gut, den kann ich mir von ihm gar nichts geben. Die 8. Hier kann ich auch rein. Äh, geil. Wo geht das da hin? AERLOG ACTIVE. Schon versucht. Reagier nicht auf die Medikamente. Hast du Nalin dazu befragt? Wir haben auch kaum noch Rationen. Was hast du Schönes? Hier, sieh dich gerne um. Ja, du hast nur Schusswaffen, ne? Äh. Ja, du willst natürlich jetzt auch ganz schön was haben, ne? Ja, wenn ich jetzt von allem genug hätte, dann hätte ich mich jetzt hier aber vom feinsten richtig hier. Der geht auf 14 und wenn ich jetzt dann noch den Kurzbogen hätte oder den starken Bogen, äh, dann wäre ich schon fast bei 15. Das wäre dann natürlich ein bisschen was besser, ne? Aber, ja, ich kann leider nix nehmen. Pass gut auf dich auf. Äh, natürlich. Ähm. Brauchst du irgendwas? Ich hab hier grad gut zu tun. Woran arbeitest du? Das wird eine Gedenkstätte. Für die, die wir verloren haben. Ich muss mich ablenken. Irgendetwas tun. Erschaffen. In meiner Traurigkeit. Eine schöne Idee. Kann ich helfen? Es gibt gutes Holz in dieser Region. Solek fand es. Daraus mach ich Regale für Fotos und Andenken. Solek meinte, es gibt einen Nektar, mit dem man kleine Laternen machen kann. Kannst du mir den Nektar bringen? Natürlich. Solek hat den verhangenen Wald bereits erkundet. Ja, er meinte, man findet ihn in Ameisennestern. Hoffentlich findest du welchen. Ich muss jetzt weitermachen. Äh, ja, auch einer. Hey. Ich will mich nicht einmischen, aber ich mache mir Sorgen, dass Rinella sich übernimmt. Sprichst du mit ihr? Äh, wo ist er denn? Hallo? Hä? hier ist unser freund ja du brauchst was neues was hassen auch mal das ist doch ja ich brauche natürlich jetzt schon hier sowas und ich bringe so viel die schuhe übrigens auch schon war gesundheit 79 ok fernkampfwiderstand fünf prozent ja geil wäre natürlich das ne voll die harten dinge hier okay wir nehmen das was wir kriegen können immer schön upgraden so ein guter look ist nie falsch was kann ich für dich tun das wollte ich dich fragen ich weiß du wirst nicht fragen also biete ich dir meine hilfe an rie nella jede hilfe ist willkommen priya hat probleme in der kommando zentrale ihr fehlen viele teile ein weiteres paar hände kann bestimmt nicht schaden dann geht es schneller ja das sind jetzt aber alles nur hier so nebenquests ich will ich will ich will wo ist denn jetzt mein jetzt komm da jetzt mach mich hier nicht irre 75 meter ja du bist neu und du bist neu und er sie es ist neu und alle sind neu und wir sind alle neu so der verborgene clan her 75 meter bin ich weg hier hervorragend so ich gehe jetzt aber war dadurch die tür keine ahnung was denn richtig ist ja so kann man denn so seine nebenaufgaben denn alles sowohl da also ja passt was ist hier los ich bin froh dass du zurück bist danke es war knapp wollte nur sehen wie es dir geht warum fragt mich dass jeder gibt es sonst noch irgendwas alma hat rie nella gesagt dass den kamen tiere nicht zu trauen ist weißt du etwas über sie das stimmt nicht kamen tiere sind scheu aber gute heiler hoch angesehen unter den na wie wirklich würden sie beim heilen der verletzten helfen vielleicht mein vater holte oft heilmittel von ihnen dann muss ich sie suchen ihre höhlen sind versteckt aber wir trafen immer einen kräuter kundler im kamen tiere lager nicht weit von hier weißt du noch wie man dorthin kommt ein fluss verlief im schatten der schwebenden berge der weg war mir immer zu anstrengend aber mein vater lockte mich mit geschichten über den sanften eine seltene kreatur aus diesen teilen ich erinnere mich aber nicht mehr das sollte reichen ich melde mich per funk wenn ich da bin ich hasse die dinge aber gut ich muss mich mit ewa verbinden und von den ikran reitern der kamen tiere lernen mir fehlt meine partnerin so lecker hat mir einen verlassenen ort in der nähe gezeigt ich sollte mich mit ewa verbinden aber es war möglich ich wollte er nicht mit meiner menschlichkeit und schlechtem verderben vielleicht fühlt es sich irgendwann richtig an ja vielleicht verlasse diesen weg und folge dem pfad nach links passt da draußen auf dich auf ja ich doch immer hallo kom ok das mache ich ihn spielen gerne mal so eine mal einfach nur so der flitze irgendwo hin mal und dann stehen bleibt stehen bleiben und dann so das sieht jetzt auch geil aus das ist schon ich weiß nicht was das ist aber jetzt kribbelt das wieder im hals rum das ist echt das ist das ist kino so jetzt haben wir es hier nacht cool ja so weiter geht's ich glaube da war schon lange zeit was ist wohl passiert dass sie ging ich würde warten wenn ich könnte aber die anderen brauchen hilfe zu fuß finde ich es nicht ich brauche meine ikran ich habe keinen Okay. So, set. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht schnell hinfliegen. Also ich will mir jetzt ja nur noch ein bisschen Zeit lassen. Ja. 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 Na ja. 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 Da ist etwas im Nebel. Gut. Mein Heilungsbüdel ist voll. Egal. Ist auch voll. Ja komm, haben die was zu voll an die Früchte hier? Was flannert hier denn rum? Was ist denn hier los? Können wir was ernten? Ne, ist voll. Wer bist du denn? Alter. Ungewöhnliche Zutaten. Feine Kräuter. Das war jemand, der sein Handwerk versteht. Ach, jetzt muss ich wieder so ein Pupkram machen. Och Mann. Nö. Ich frage mich, ob. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Okay. Dann nicht. Ein Kametere war hier. Ein Heiler, der etwas am Feuer gemacht hat. Nicht lang her. Okay. Jetzt war aber ja da noch was, ne? Aber was noch? Die Teile passen zusammen. Eine Wildscheuche. Das Gewicht des Wassers dreht den Arm. Beim Fallen macht er ein Geräusch. Ein Kametere, Heiler, war vor kurzem hier. Ich könnte die Wildscheuche reparieren. Das Geräusch lässt ihn vielleicht zurückkommen. Und er hilft mir. Gönne, Mama, ein Kametchen. Nun denn. Das lief exakt, wie ich es vorhergesehen habe. Faszinierend. Jetzt gibt's Stress. Boah. Ja, Mensch, cool. Ja, ich hab gewonnen. Spiel ist geschafft. Bin durch. Geil. Oh, Mann, ey. Ohne N-Kinder zu besiegen. Ey, komm, das war einfach. Oh, Mann, ey. Es geht mir so auf die Nüsse. Ja, ey. Ey, wie geht's denn? Oh, ja, Mann, du eule Kackbratze, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's für heute. König ja theoretisch auch nicht aufwarten. Hä, was hast du mit dem Viech jetzt? Hä? 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 Uch, wie kack Bratzel. Hä? 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 Der ist das alle Tödeltier. Wolloy! Hey! Hä? Was war das hier? So. Hallöchen. Bist du verletzt? Nein. Du kämpfst wie ein Sesua. Also, zumindest glaube ich, dass sie so kämpfen. Hast du schon mal einen gesehen? Hab ich. Faszinierend. Warte. Du bist Zarentou? Oder hat der Yahweh mich erwischt? Das bin ich, aber was ist der Yahweh? Ein Nebel, der deine Kehle verbrennt und dein Hirn verwirrt. Ich bin eingetaucht, um ihn zu studieren. Verlief mich und bin den Schreien gefolgt, um zu flüchten. Yahweh. Hab ich schon mal gesehen. Wie entsteht er? Keiner weiß es. Er entstand nach dem Verschwinden der Zarentou. Manche denken, Ewa versucht die Kametere zu strafen. Unsinn. Du bist Kametere. Ich brauche die Hilfe eures Heilers. Unsere Zahik Anufi? Oh nein. Sie empfängt niemanden. Würde sie mich empfangen? Meine Freunde sind krank. Bitte. Hm. Mokassar verbietet Besucher. Aber sie sind Zarentou. Ist das gut oder schlecht? Sie haben mich zweimal gerettet. Gut. Ich werde euch helfen. Aber niemand darf es wissen. Wie finde ich das Zentrum? Hm. Gut. Segle mit deiner Partnerin über den See und weiter, bis du den Fels siehst, den wir Ikran-Kopf nennen. Flache Spitze, nasigen Horizont. Danke. Übrigens, wie lautet dein Name? Ich bin Okul. Aber denk dran. Falls jemand fragt, ich habe dich nicht zu den Höhlen geschickt. Äh. Joa. Ähm. Läuft. Ja, danke, ne. Ja. So ist das. Schön, schön. Ja, jetzt wo ich weiß, dass ich ja jetzt auch fast durch bin, kann ich auch nochmal ein bisschen mehr Tempo machen hier. Und. Ja, dass man jetzt auch endlich dann mal zu Podde kommt, ne. Ups. Hier hätte ich hochgemaßt. Boah, Alter ey. Jetzt ist aber Mammutaufgabe, ey. Okay. Öh. Bin ich jetzt denn schon wieder? Öh, äh. Okay. Turbomonos. Ne, oh. So. Geil, ey. So ein riesen Baum, ey. Kannst da voll drauf rumlaufen. Ach ja. Was ist das denn? Oh. 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 Okay. Kann man die ernten, oder? Nö. Okay, dann sind die wohl noch nicht reif. Oder die sind reif. Boah, ne. Ey, komm, jetzt machen wir nicht so ein Schwachraum hier. Oh, Mann ey, immer denn, wenn da was geil ist, findest du, ey. Immer, ey, welche Viecher hier, die mich denn ärgern wollen. Bin sie mal noch auf den richtigen Weg, ja. Geil. Boah. Hier sind noch mehr, kann ich die ernten? Ne. Wollt die ernten hier? Ne, die muss man kapotten. Die kann man nicht greifen, okay. Ja, das will ich aber nicht. Ich will, dass er jetzt hier nicht unnötig kapotten, alles. Da. Wollen wir da eine Höhle rein, oder was? Ist das eigentlich eine Höhle? Ne. Wollen wir da eine Höhle rein? Wollen wir da noch? Wollen wir da eine Höhle rein? Es ist okay. Der perfekte Winkel. Das ist ein Herz. So. Hä? Was? Woher hin? Oh, ich bin vorbei. Muss ich da hin? Ja. War ich ja doch schon richtig. Verdammt. Och Mann. Ja, komm, dann wieder hier zurück. Ich finde die Kammel-Tee-Hühle. So was hier? Okay. Oh, wieder alles nur mit Glück und Zufall, ey. Eine Sarentou. Sie haben das Zeichen. Ich dachte, sie wären tot. Was wollen Sie? Die Sarentou gehen zurück. Was wollen Sie? Eine Sarentou lebt. Der Clan existiert nicht mehr. Also, wer besitzt die Vermessenheit, uns anzulügern? Ich suche eure Zeichen. Die Himmelsmenschen haben uns angegriffen und verletzt. Wir brauchen die Hilfe der Heiler der Kammetire. Wir können euch nicht helfen. Auch nicht unsere Zeichen. Ist es nicht unsere Pflicht? Wir haben immer den Bedürftigen geholfen. Das war, bevor unsere Zahik tötete, statt zu heilen. Die Sarentou sind nicht mehr länger bei uns. Nur Lügner. Wieso Lügner? Das Zeichen ist echt... Genug! Du entweist unsere Erinnerung an die Sarentou. Wie auch immer. Sie lebt abgeschieden. Weit weg. Und ungestört. Verschwinde, Eindringling. Wir können dir nicht helfen. Nicht jeder stimmt Mokassas Methoden zu. Triff mich am Kreis der Ahnen, wo Ewa uns den Weg weisen wird. Ich will kämpfen. Es ist der einzige Weg. Ich merke schon, ey, die sind sehr gastfreundlich. Also nicht mal Getränk, nicht mal Schnitzel oder so. Ey, was geht hier ab, Mann? So. Ein Ritt könnte meine Stimmung heben. Sieh an, ein Sarentou. Das hätte ich nie gedacht. Kommst einfach ins Herz der Kame Tire hereinspaziert, als ob nichts wäre. Ich wusste es nicht. Dass alle uns die Schuld am Tod der Sarentou geben? War's nicht die RDA? Ihr braucht euch nicht verstecken. Tun wir nicht. Die Clans haben uns verstoßen. Und nun... Mokassa leitet uns. Anufi, unsere Zahi, ist in sich selbst versunken. Anufi, wo finde ich sie? Niemand bekommt Anufi je zu Gesicht. Mokassa verbietet es. Sie kämpft schon lange nicht mehr für uns. Ich will nur mit ihr reden. Vielleicht lockt ein Sarentou sie wieder zurück. Sie lebt jenseits der großen Wasserfälle hinter dem Zentrum. Sag ihr, Satne schickt dich. Ein komisches Gewand für eine Navi. Okay. Ja, okay. In Pandora geschmiedet. Okay. Damit hätten wir denn nur noch acht Missionen. Ja, Mensch. Charaktermäßig gibt es hier wieder was Schönes. Was wäre hier denn? Wieso leuchtest du hier auf? Das einmal. Das ist nicht gut. Von 32 auf 79 gesucht. Das ist aber schon Sprung. So, dann sind wir ja fast bei 14. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal gut. Ja, Kopfschmuck könnte ich eigentlich auch noch mal ein bisschen was gebrauchen. Das wäre ja auch schon mal nicht verkehrt. Ja, aber wie das denn so ist. Das eine was man kriegt und das andere was man haben will. Das läuft. Ja, was ist mit Storm schon wieder los hier? Storm schon wieder Meister. Nee, mir gefällt das Blaue besser, Mann. Nee. Du hast die Vergiftung durch die Himmelsmenschen erfolgreich bekämpft. Das Land erholt sich bereits. Ja, gut. Dann soll es was gewesen sein. Dann haben wir die Mission ja erfolgreich abgeschlossen. Weil ich habe jetzt vor... Willkommen zurück. Ja, jetzt kommt mir kein Ohr ab. Wir machen das mit bei meinem Oppose. Sonst kommen die uns hier gleich alle noch ein Ohr ab und ich kann nicht sammeln. Ja, ich habe vor, ähm, hier jetzt, ähm, bis zum Schluss, äh, für jede Aufgabe ein Video. Hoffe ich zumindestens, dass das klappt und hinhaut. Ja, ansonsten, äh, ja, habe ich so ein bisschen, denn, äh, ich hoffe zumindestens, dass das hinhaut. Also, das hat der jetzt ja gut hingehauen. Ja, mal eben eine Mission abgeknuspert. Das passt ja. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt muss ich denn gucken, dass ich denn die nächste Mission vielleicht auch mit einem Video abgeknuspert kriege. Und dann gucken wir mal, ne? Das ist ja alles ganz schön flauschig. Gut, dann soll es das gewesen sein, von meiner Seite. Und, ja, dann hört und sieht man sich in einem neuen, nächsten Avatar-Video. Das Finale kommt näher. Nur nach acht Missionen. Ab jetzt. Gut, soviel dazu. Bis denn.